Glücksbringer und Frühlingsboote. Mensch und Schwalbe haben seit Alters her eine tiefe Beziehung. Als Untermieter begleiten die Schwalben die Menschen seit tausenden von Jahren. Ihr Fleiß beim Füttern ihrer Jungen, ihr munteres Zwitschern, ihr schwereloser Flug, ihr nettes Aussehen, Grund genug für uns, die Schwalben zu beobachten. Scheinwerfer und Kamera im Filmstudio Kuhstall. Für einen Sommer unser Arbeitsplatz. Nun ja, daran werden sich die Kühe sicherlich gewöhnen. Allgäuer Braunvieh. Im Allgäu beginnt Ende April unser Sommer der Schwalben. Abgelegene ruhige Bauernhöfe im Allgäu. Hier warten wir auf die Schwalben, auf ihre Rückkehr aus Afrika. Ende April. Reste vom letzten Schneefall liegen noch auf dem Dach. Frostnächte und sonnige Tage. Die erste Morgensonne wärmt die Fassade des Bauernhofs. Und da sind sie, die Schwalben. Sie frieren. Nach einer langen kalten Nacht tanken sie jetzt die wärmenden, strahlenden Morgensonne. Unglaublich anstrengend muss ihre Rückreise gewesen sein. Vor acht Wochen noch schwülheißes Klima in Zentralafrika, dann Sahara, blutheiß und trocken. Danach verschneite Alpenpässe und jetzt ein Kreuz an einem Bauernhof im Allgäu. Hier ruhen sie erst mal aus, nach ihrer langen Reise aus ihren Winterquartieren in Afrika. Während die Schwalben gerade erst ankommen, haben sich andere Zugvögel schon fest niedergelassen. Der Star, er hat sein geschütztes Eigenheim bezogen und eingerichtet. Das Nest ist bereits fertig. Das Nest ist bereits fertig. Der Star balzt und sinkt. Frühlingsgefühle an einem sonnigen Tag. Doch das Wetter kann auch anders. Kälteeinbruch, Schneetreiben, Aprilwetter. Die Schlüsselblumen beugt der Schnee. Der Winter ist zurückgekommen, hart für alles Frühlingsleben. Ein kurzer, kräftiger Schneeschauer, Ende April, bringt die gerade angekommenen Schwalben nicht in Schwierigkeiten. Aber länger anhaltendes Winterwetter, das ist gefährlich. Der nasse Schnee steht dem Pfeilchen bis zum Hals. Viele Vögel können trotzdem ihre Nahrung am Boden oder in den Büschen finden. Doch Schwalben sind auf fliegende Insekten angewiesen. Und dass bei so einem Wetter Insekten fliegen, das können wir uns nicht vorstellen. Doch die hungrigen Schwalben sind unterwegs. Sie machen Jagd über dem nahegelegenen Fluss. Tatsächlich, sie finden Insekten. Das Wasser hat Wärme gespeichert und die Luftschicht direkt darüber um einige Grad erwärmt. Genug, dass hier ein paar Insekten fliegen. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Das Wetter muss besser werden, sonst wird es kritisch für die Schwalben. Mitte Mai. Schnee liegt nur noch in den Bergen. Im Tal hat sich der Frühling endgültig durchgesetzt. In den Kuhstellen reger Flugbetrieb. Unsere Schwalben sind auf Nistplatzsuche. Das geht nicht ohne viel Geflatter und Gezwitscher und nicht ohne Streit um die besten Plätze. Die Nester vom letzten Jahr sind heiß begehrt. Ein fertiges Nest zu ergattern, erspart den Schwalben viel Arbeit. Manche dieser Nester sind schon viele Jahre alt. Schon mehrmals bei der Stallrenovierung übertüncht worden. Diese beiden haben sich endgültig für einen gut erhaltenen Altbau entschieden. Vielleicht haben sie im letzten Jahr schon hier gebrütet. Schwalbennester sind normalerweise Erdfarben. Das Weiß stammt vom Bauern. Beim Kalken des Stalls hat er die Nester überstrichen. Die Schwalben stört das nicht und ihr Nest gewinnt zusätzlichen Halt. Das Schwalbenweibchen entrumpelt. Die Nestauspolsterung vom Vorjahr hat ausgedient. Sie fliegt jetzt raus. Unser Film-Lkw parkt gleich neben dem Misthaufen. Wir haben uns schon richtig an unseren naturnahen, biologisch-dynamischen Arbeitsplatz im Kuhstall gewöhnt. Die Landwirte haben sich inzwischen auch daran gewöhnt, dass wir im Stall unsere Kabel verlegen und unsere Darsteller beleuchten. Nur die Rindviecher, sie sind noch immer fasziniert von unserem Treiben. Guten Blick auf die Schwalbennester haben wir nicht von jedem Platz. Der richtige Standpunkt für Licht und Kamera ist oft in Tuchfühlung mit dem lieben Vieh. Der Arbeitsplatz am hinteren Ende der Kuh eindeutig der gefährlichere. Schwalbenpaare bleiben den Sommer über zusammen. Im Winter, auf der langen Reise nach Afrika, verlieren sich die Partner vermutlich aus den Augen. Aber jetzt im Frühjahr treffen sich die Paare im Stall wieder und brüten oft sogar in ihrem Nest vom Vorjahr. Schwalbenpärchen ohne altes Nest sieht man jetzt häufiger in trauter Zweisamkeit ruhig beisammensitzen. So, als würden sie gewissenhaft überlegen, wo man ein neues Nest anlegen kann. Gemeinsam geht das Schwalbenpaar auf Bauplatzsuche. Alle möglichen Wände, Ecken und Winkel im Stall werden gemeinsam untersucht und, wie man meinen möchte, mit viel Gezwitscher diskutiert. Die richtige Wahl des Nistplatzes ist gerade bei Schwalben sehr wichtig für den Bruterfolg. Katzensicher muss das Nest angelegt werden und es muss genügend Halt finden an der glatten Wand. Links das Weibchen, rechts das Männchen mit den längeren Schwanzspießen. Die arbeitsreiche Nestbauzeit der Schwalben beginnt. Ein seltener Anblick. Schwalben am Boden. Mit ihren kurzen Füßchen sind sie schlechte Fußgänger. Scheinbar hat der alte Aristoteles nie die Schwalben beim Nistmaterial sammeln beobachtet, denn er rechnete die Schwalben zu den Apodes, den Fußlosen. Eine ruhige, sichere Ecke hat sich diese Schwalbe gewählt. Der Anfang ist der schwierigste Teil beim Nestbau. Schon das Festhalten an der glatten Wand ist nicht einfach. Der Schwanz hilft als Stütze. Die ersten Mörtellagen entscheiden, ob das Nest an der senkrechten Wand halten wird. Ein alter Osterbrauch kommt einem anderen Schwalbenpaar sehr gelegen. Sie verwenden den Palmzweig, einen geweihten Strauß Weidenkätzchen, respektlos als Fundament. Ein solider Verankerungspunkt, das erleichtert den Nestbau. Die Lampen im Stall sind als Bauplätze sehr beliebt zum Leidwesen der Bauern. Das Männchen macht eine Pause zwischen den Bauarbeiten, verkündet zwitschernd seinen Revieranspruch mit lehmverschmiertem Schnabel. Rund um den Bauernhof, großes Geflatter. Nach dem letzten Regen nutzen alle Schwalben das gute Angebot an feuchter Erde, Lehm und Dreck, Mörtel zum Bauen der Nester. Nicht alles, was hier fliegt, sind Rauchschwalben. Eine zweite Schwalbenart ist hier ebenfalls zu Hause, die Mehl- oder Hausschwalbe. Die mit der weißen Kehle und mit den weiß befiederten Füßchen, das sind die Mehlschwalben. Die Rauch- oder Stallschwalbe, vorne im Bild, sie hat eine rostfarbene Kehle und sie hat die langen Schwanzspieße. Die Mehlschwalben und die Rauchschwalben holen sich ihr Baumaterial an derselben Pfütze. Nur an den Nistplatz stellen sie unterschiedliche Ansprüche. Rauchschwalben bauen ihre Nester in den Gebäuden, Mehlschwalben bauen lieber draußen. Am liebsten kleben sie ihre Nester außen, dicht unter dem Dach an die Hauswand. Die erste Mörtellage, sie bleibt nicht kleben an der senkrechten Wand. Und gerade sie ist die wichtigste. Die erste Lage, sie verbindet das Nest mit der Mauer. Während die Rauchschwalben immer einige Meter Abstand zum Nachbarn halten, bauen die Mehlschwalben dicht an dicht. Auch sind die Nester der Mehlschwalben bis auf ein kleines Eingangsloch geschlossen. Auch bei den Rauchschwalben im Stall läuft der Baubetrieb auf Hochtouren. Die feuchte, lehmige Erde drückt die Schwalbe nicht nur einfach auf den Nestrand, sondern sie verdichtet den Baustoff mit schnellen Bewegungen des Schnabels. Verdichtung durch Vibration, eine gängige Technik im Betonbau. Ablösung, der Partner bringt die nächste Ladung. Die Halme mauert die Schwalbe ein. Sie wirken wie Armierungseisen im Stahlbeton, geben dem Nest Festigkeit, verhindern, dass es reißt und auseinanderbricht. Inwieweit der Speichel der Schwalben als Bindemittel eine Rolle spielt, ist bis heute noch nicht ganz geklärt. Acht Tage baut im Durchschnitt ein Schwalbenpaar an seinem Nest, vorausgesetzt es hat geregnet und die Vögel finden feuchte Erde. In diesen acht Tagen werden 1000 bis 1400 Baumaterialklümpchen zum Nest gebracht und verarbeitet. Das sind 150 Flüge pro Tag. Mitte Mai hat der Frühling auch das hochgelegene Allgäu erreicht. Das Gras wächst mit den Wiesenblumen um die Wette und die letzten späten Bäume werden grün. Zum Bauernhof im Mai gehört natürlich auch der melodische Gesang der Amsel, begleitet vom Schilbkonzert der Spatzen. Das Jungvieh genießt die ersten Tage auf der Weide. Im warmen Gegenlicht, Lichtmelken. Ganz von selbst erklärt sich ihr Name. Nicht nur Milch- und Fleischproduktionsstätten sind in der Nähe. Das sind die Bauernhöfe, die wir bei unserer Arbeit kennenlernen. Ein bisschen Raum ist noch geblieben für Idylle und traditionellen bäuerlichen Lebensstil. Wir hoffen, dass so ein Bauernhof mit Kühen, Hühnern, mit Schwalben, Katzen und auch mit ein paar Fliegen nicht nur bestehen bleibt, sondern auch seinen Charme erhalten kann in der heutigen Zeit mit ihrem Zwang zur einseitiger Massenproduktion. Die harmlosen jungen Katzen kennt das Schwalbenmännchen. Es singt sein Zwitscherlied unbesorgt auf der Lampe. Das Schwalbenmännchen hilft seinem Weibchen nicht beim Brüten. Gesang und Revierverteidigung sind seine Sache. Das brütende Weibchen redet nur gelegentlich drein. Gesang und Revierverteidigung Die geselligen Schwalben beanspruchen nur ein kleines Revier. Nur der Bereich um das Nest wird verteidigt gegen Artgenossen und hauptsächlich diesem Zweck dient der Gesang. Durch eine offene Futterluke können wir von oben in dieses Nest hineinschauen und filmen. Eine einmalige Gelegenheit, dem Weibchen beim Brutgeschäft über die Schulter zu blicken. Sie rollt die Eier, damit sie gleichmäßig bebrütet werden. Bei den europäischen Rauchschwalben brüten nur die Weibchen. Merkwürdigerweise sind bei ihren Verwandten in Nordamerika die Männchen viel emanzipierter. Dort helfen sie beim Brüten mit. Ungefähr alle 20 Minuten überkommt das Weibchen der Hunger. Es geht auf die Jagd und wir haben einen guten Einblick auf die fünf frostrot gesprengelten Eier. Bei schlechtem Wetter dauert es lange, bis das Schwalbenweibchen satt wird. Es muss lange vom Gelege wegbleiben. Dadurch schwankt die Brutzeit bei den Rauchschwalben zwischen zwölf und 18 Tagen. Herr über einen Stall voll Hühner. Heuerliche Nostalgie, selten gewordenes Landleben, der Hühnerhof. Das bunt gemischte Geflügel, das ist die lärmende Nachbarschaft unserer brütenden Schwalbe. Die Mistkratzer in ihrem Element. Glücklich die Hühner, die noch scharren und laufen können, vom stolzen Hahn eifersüchtig bewacht. Die multinationale Hühnerhofgesellschaft kratzt um die Wette. Das Haushuhn mit seiner asiatischen Abstammung und das Perlhuhn aus Afrika. whoatzi Creewelwo Den Hühnerhof nutzen die Schwalben auf ihre Weise. Hier finden sie die weichen, warmen Federn zur Auspolsterung ihres Nests. Im Schwalbennest ein völlig neues Bild, die Jungen sind geschlüpft, nur das Nesthäkchen müht sich noch mit der Eischale ab. Der Wackelkopf unter dem Helm, der Hintern noch im Töpfchen, so kommt das nackte rosa Schwälbchen auf die Welt. Das erstgeschlüpfte hat Hunger, noch ist der Kopf schwer, aber es kann bereits um Futter betteln und das wird seine Hauptbeschäftigung sein in den nächsten drei Wochen. Die Schwalbenmutter wartet auf die Eischale, angeborene Vorsicht. Die meisten Vogeleltern tragen die Überreste der Eier weit weg vom Nest, damit nicht auffällig rumliegende Eischalen die hilflosen Jungen im Nest verraten. 74.05. folklore Ein paar zarte Lockrufe und die Jungen recken die Köpfe. Rachensperren und Futterbetteln, dieses Verhalten beherrschen sie schon jetzt perfekt. Natürlich füttert das Schwalbenweibchen am ersten Tag nur kleine, weiche Insekten. Das Schwalbenmännchen hat von seiner Vaterschaft wahrscheinlich noch gar nichts mitbekommen. Aber ab morgen wird es seiner Frau beim Füttern helfen. Solange die Jungen noch nackt sind, muss das Weibchen hudern, in regelmäßigen Abständen ihren zarten Nachwuchs wärmen. Drei Wochen werden noch vergehen, bevor die Jungen fliegen können. Dann kommt die zweite Brut. Das wird ein langer, arbeitsreicher Sommer für die Schwalben. Bunt und vielfältig Sommerwiesen. Nur wenn mit wenig Dünger und ohne Chemie gewirtschaftet wird, kann sich solche Vielfalt halten. Insektenvielfalt in ökologisch intakten Wiesen, für die Schwalben ein üppiges Nahrungsangebot. Über Gras-Monokulturen, da haben es die Schwalben schwerer. Grüne Allgäuwiesen. Doch die Postkartenidylle trügt. Bei intensiver Bewirtschaftung ist so eine Wiese ein verarmtes Biotop. Für einen gesunden Bestand an Kleinlebewesen viel zu einseitig. Jagende Schwalben über der Wiese. Sie picken Notfutter von Blüten und Gräsern ab. Mangel an Fluginsekten zwingt die Schwalben, sitzende Beute im Flatterflug zu sammeln. Eine für Schwalben sehr untypische, sehr kräftezehrende Jagdmethode. Das ist die Schwalben sehr untypische, sehr kräftezehrende Jagdmethode. Im schnellen Flug sind die Schwalben in ihrem Element bei der schnellen Jagd auf fliegende Insekten. Schon die Naturbeobachter in alten Kulturen beschrieben verwundert den pfeilgeschwinden Flug und die rasanten Flugmanöver, denen das menschliche Auge kaum folgen kann. Heute hilft die Technik. Unsere Zeitlupenkamera macht 150 Bilder pro Sekunde, dehnt den pfeilschnellen Flug um das Sechsfache. Jetzt erst hat unser Auge Zeit zu beobachten, wie Flügel und Schwanz, ja wie alle Körperteile beim Hakenschlagen und anderen gewagten Flugmanövern zusammenarbeiten. Jede Wende Jedes Schnappen nach Insekten und alles Steigen, Bremsen und Beschleunigen, das in diesen Bildern noch immer flink erscheint, läuft in Wirklichkeit noch sechsmal schneller ab. Viel zu schnell für unser Reaktionsvermögen. Erst durch die Zeitlupe wird die Flugkunst der Schwalben deutlich. Erst durch die Zeitlupe wird die Flugkunst der Flugkunst der Flugkunst der Flugkunst der Flugkunst der Flugkunst. Mit vollem Kropf und Schnabel geht's nach Hause, mit Höchstgeschwindigkeit. Jetzt macht die Schwalbe Strecke. Mit kräftigen Flügelschlägen beschleunigt sie auf 95 Stundenkilometer. Millimeter genau, der huscht durch den Lüftungsschlitz im Stallfenster. Natürlich auch sechsmal verlangsamt, sonst könnten wir der Schwalbe mit dem Auge gar nicht folgen. Vier hungrige Schnäbel warten im Nest. Eineinhalb Wochen sind die Jungen jetzt. Wachsen schnell heran, ihr Nahrungsbedarf ist enorm. Hohes Verkehrsaufkommen am Stallfenster. Alle Schwalbenpaare füttern jetzt ihre Jungen, alle sind in Eile. Zusammenstöße verhindert ihr unglaublich schnelles Reaktionsvermögen. Mit Bravour nehmen die Schwalben das Hindernis. Eine Schnabeladung stopft nur einen von vier hungrigen Schnäbeln. Alle anderthalb Minuten wird bei gutem Wetter gefüttert. Das sind 500 Fütterungen pro Tag und trotzdem sind die Jungen nie satt. Ein Fass ohne Boden. Dann noch die Abfallbeseitigung, ein gewaltiges Tagespensum. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung bietet sich an. Ein Schwalbenpaar benötigt einen ruhigen Platz im Stall und Verständnis für die Abfälle, die aus dem Nest fallen. Dazu ein ständig spaltbreit geöffnetes Fenster, das ist alles. Als Gegenleistung vertilgt die Schwalbenfamilie Insekten. Wenn man den Futterbedarf der Eltern, der ersten und zweiten Brut und später der flüggen Jungen addiert, kommt man auf eine gewaltige Menge biologisch bekämpfter Insekten. Das spart den Bauern und der Umwelt eine Masse Gift. Selbst in modernen Großbetrieben gibt es Platz für Schwalben. Hier zum Beispiel legt der Bauer im Frühjahr Brettchen auf die Leuchtstofflampen. Die Schwalben haben eine stabile Nestunterlage an einem sicheren Platz und die Stallbeleuchtung bleibt sauber. Im Herbst wird beim Stallputz das Brett samt Nest entfernt. In unseren Ortschaften ist heute alles gepflastert und geteert. Wie sollen die Schwalben ihr Baumaterial finden? Hier wurde nachgeholfen. Eine so liebevoll aufgebaute Miniaturlehmgrube muss es gar nicht sein. Bereits eine einfache Pfütze, die wir auch bei Trockenheit nass halten, liefert den Schwalben das Baumaterial. Wenn wir dann noch eine Einflugmöglichkeit offen halten, dann können wir in Garage, Hausflur oder Schuppen unsere privaten Glücksbringer haben. Eine Vogelkolonie, so belebt und so lärmend, dass sie uns exotisch vorkommt, aber sie liegt mitten in Deutschland. Eine alte Sandgrube, überfüllt mit den Nestern der Uferschwalbe, der dritten in Deutschland lebenden Schwalbenart. Uferschwalben bauen keine kunstvolle Nester, sie graben Röhren für ihre Brut, bis zu einem Meter tief. Wie in einem Bienenschwarm geht es zu bei den kleinen braunen Uferschwalben. Die einen graben mit Schnabel und Füßen am Nest für die zweite Brut, die anderen füttern die gierig bettelnden Jungen. Uferschwalbenkolonien sind selten geworden. Seit bei uns alle Bäche begradigt werden und alle Flussufer verbaut, gibt es Steilwände für sie nur noch in Sand- und Kiesgruben. Den Uferschwalben kann man sehr helfen, wenn man ihre Kolonien nicht während des Sommers wegbaggert, sondern eine Steilwand in der Kiesgrube stehen lässt, in der die Uferschwalben ihre Brutröhren graben können. Mit etwas Nachdenken ist es mitunter ganz einfach, wirtschaftliche Interessen und Naturschutz unter einen Hut zu bringen. Im Nest mit der guten Verankerung auf den Weidenkätzchen, dem geweihten Palmwedel, geht es jetzt eng zu. Drei Wochen sind die Jungen alt. Fast wie richtige Schwalben sehen sie aus, nur am Kopf haben sie noch, wie einen Heiligenschein, ein paar Fusseln Jugendflau. Der Hunger der Jungen hält die Eltern auf Trab, doch das ist Baumaterial, Lehm und Halme. Das Schwalbmännchen weiß instinktiv, dass die Zeit zum Nestbau für die zweite Brut gekommen ist. Offensichtlich ist das Schwalbmännchen ratlos. Auf der einen Seite der Trieb mit dem neuen Nest zu beginnen, auf der anderen die gierig bettelnden Jungen. Die Jungen begreifen nicht, warum der verwirrte Papa ihnen so scheußliche Sachen in die Schnäbel stupft. Ein Tierprogramm läuft im Schwalbenfernsehen. Das Interesse der Zuschauer ist groß. Das Nest ist viel zu klein. Für den starken Bewegungsdrang der Jungen ist nicht mehr viel Spielraum. Mit 21 Tagen sind die jungen Rauchschwalben reif. Groß und stark genug, das enge Nest zu verlassen. Das Mutigste der Jungen hat sich frei geflogen, erfolgreich. Die Landung auf dem Stallfenster hat auch geklappt. Sofort sind die Eltern zur Stelle, denn dieser Abschnitt im Leben der Jungen ist besonders gefährlich. Die alte schwarze Stallkatze am Fenster wird heute beschimpft. Bisher hat sich keine Schwalbe um sie gekümmert, niemand hat sie ernst genommen. Aber heute sind die Schwalbeneltern nervös und aufgeregt. Mit schrillen Rufen, Luftangriff. Das zweite. Landung? Nein, doch noch nicht. Der Motor lässt sich nicht abstellen oder es hat Spaß gefunden am Fliegen. Das Junge ist nicht zu bremsen. Das Schwalbenweibchen und die zwei Jungen. Schwer zu sagen, für wen der heutige Tag aufregender ist. Junge Schwalben können ihr Nest nicht langsam, Schritt für Schritt verlassen. Bei ihnen heißt es, ganz oder gar nicht, sie müssen gleich richtig fliegen. Als letztes das Nesthäkchen. Man sieht ihm an, dass es Mut sammelt. Die Eltern rufen und locken, ermutigen es zum entscheidenden Sprung und siehe da, das hilft. Das letzte Junge auf dem Stallfenster. Seine Eltern flattern aufgeregt und rufen, wollen es zu seinen Geschwistern locken, raus aus dem Stall. Auf die Dachrinne hat sich das Junge zur Zwischenlandung gerettet. Vor ihm liegt die große, weite Welt und man glaubt im Gesicht der Schwälbchens die Furcht und die Verwunderung zu erkennen. auf die Dachrinne hat sich das sogaretieren. ia Der letzte große Flug für heute, dann ist die Familie wieder komplett. Die vier Jungen sitzen wie gewohnt auf Tuchfühlung. Hier in der Birke, zwischen den Ästen, hier sind sie vor Greifhödeln relativ sicher. Und die Eltern haben wieder Zeit für die Jagd. In ein paar Tagen wird sich die Familie auflösen, die Eltern werden mit der zweiten Brut beginnen, die Jungen werden Rumzigeunern, Insekten fangen und Flughundstücke üben, damit sie stark und fit sind für die große Reise nach Afrika. Hochsommer im Allgäu. Im Kuhstall gibt es für uns nichts Neues zu beobachten. Die Schwalben sind jetzt mit der zweiten Brut beschäftigt und das Nestbauern, Brüten und Füttern läuft genauso ab wie bei der ersten Brut. Wir wollen uns draußen umsehen, wollen schauen, was die Schwalben neben ihrer Familienpflicht sozusagen in ihrer Freizeit außerhalb der Stelle treiben. Heiße Hochsommer-Tage, Froschkonzert, Seerosen, das ist die richtige Zeit zum Baden. Lust zum Baden haben auch die Schwalben. Bauchplatscher, sehr gekonnt, Baden auf Schwalbenart, Baden im Fluge. So viel wie möglich wird bei Schwalben im Flug erledigt. Verderbremse. Umgänger in der Derby. Du kannst du also in der Presse tun nach, wie du destaustlärst. Verderbremse. Ausgleichen. Die Zeit geben in der Beschreibung. Ich war die Zeit. Die Zeit geben. Ja. Ich war die Zeit. Das ist die Zeit geben. Okay. Ja, ich war die Zeit. Deine Ober-Teiger. Die Zeit geben. Ich war die Zeit. Das war die Zeit. Ich war das nicht. ative. Der Spätsommer kommt mit Morgennebel. Bereits im August kann mancher Tag im Allgäu auf den nahen Herbst hinweisen. Morgennebel, kürzer werdende Tage, kühlere Nächte. Schon Mitte August beginnen die ersten Schwalben an den noch weit entfernten Winter zu denken. Sie sammeln sich, sie sitzen auf Drähten, schwatzen, putzen sich, suchen die Gesellschaft mit Artgenossen. Stromleitungen sind beliebt bei Schwalben. Hier können sie in luftiger Höhe ausruhen, haben guten Überblick. Auf den Drähten können sie gesellig beisammensitzen und trotzdem zum Nachbarn den Individualabstand einhalten. Auf ARD- und ZDF-Antenne sitzen die Schwalben in Reihe. Dass sie Satellitenschüsseln meiden, das liegt am mangelnden Sitzkomfort. Noch haben sich nicht alle Schwalben versammelt. Jetzt, Ende August, füttern manche Paare noch ihre letzte Brut. Mitte September. Abendstimmung am Bodensee. Das Naturschutzgebiet Wolmartingerried mit seinen ausgedehnten Schilfbeständen ist die Bühne für das große Finale unseres Schwalben-Sommers. Schwalbenmassen versammeln sich hier an Herbstabenden, um gemeinsam die Nacht zu verbringen. Relativ harmlos beginnt die Show kurz vor Sonnenuntergang. Schwalben jagen die letzten Mücken über dem Schilf und über dem See. Schnell kommen neue hinzu, die Luft füllt sich. Tausende, ja Abertausende ballen sich zusammen. Schwalbenwolken, ein Naturschauspiel. Wie viele Schwalben sich im Wolmartingerried an manchen Herbstabenden zusammenfinden, tausend, zehntausend, hunderttausend oder noch mehr, das lässt sich nicht schätzen. Aber dass die Schwalben nicht alle vom Bodensee stammen, sondern aus einem sehr großen Gebiet hierher kommen, das gilt als sicher. Wie wichtig dieses Naturschutzgebiet nicht nur für die hier brütenden Vogelarten ist, das kann man an Septemberabenden eindrucksvoll erleben. Die Schwalben versammeln sich wegen der geeigneten Massenschlafplätze. Das hat Tradition. Seit vielen Jahrhunderten schon verbringen sie hier die Herbstnächte in großer Gesellschaft. In der Dämmerung fallen sie dann ein, in das Schilf und in das Weidengestrüpp. Vielleicht zu ihrer letzten Nacht vor ihrer großen, anstrengenden Reise nach Afrika. Bei so vielen flatternden und schwatzenden Schwalben dauert es lange, bis Nachtruhe einkehrt, bis alle ein Schlafplätzchen gefunden haben. Für uns heißt es Abschied nehmen von den Rauchschwalben. Sie werden aufbrechen, vielleicht morgen, vielleicht in einer Woche, je nach Wetterlage. Viele interessante und lustige Erlebnisse hatten wir im Sommer mit den Schwalben. Hoffen wir, dass sie im nächsten Jahr alle wiederkommen, Frühling und Glück bringen und einen neuen Sommer der Schwalben. was sollt Стartung kommen. Also anklasse muss macht es sein, Briefs und training und fluffig. Oh, es begin mir. Oh, es ist Versatzung. Untertitelung des ZDF, 2020